Musik Musik Ich höre meinen Film drehen. Musik 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 Und dann generell, ich glaube, es war ein erfolgreicher Tag, es war ein bisschen komisch, weil anstatt mit Michael zu sprechen, habe ich gegen einen Pfosten gesprochen, so ungefähr. Und das sollte dann er sein, weil wir nicht am gleichen Tag alle unterwegs waren. Das war dann schon ein bisschen komisch, aber es wird interessant zu sehen, wie der Spot dann endet. Also im Prinzip ist es ja eine Sache, die wir schon bei einem Werbespot verkürzen. Wir haben ein bisschen so dargestellt haben, dass Michael mich da im Schnee hat stehen lassen. Ein bisschen süffisant, das Ganze etwas ironisch gemacht, und das machen wir hier auch wiederum. Und alte Kollegen treffen sich wieder auf eine andere Art und Weise, was natürlich auch schön ist. So, es ist ein bisschen schwierig, zu matchen die Leute, die wir in diesem Film werden. Es ist gut, es ist gut, es ist gut, es ist gut, und es wird viel Spaß in der Ende zu sehen. Dr. Shane Untertitelung des ZDF, 2020